Bis dass der Tod euch scheidet. Zumindest von ihrer Seite sollte dieses Versprechen kein Problem sein. Bei dieser bizarren Hochzeit in Kasachstan gab es nur ein Ja-Wort. Bodybuilder Jurito Lodzko hat es seiner Braut, der Sexpuppe Margot, entgegengehaucht. Ganz traditionell hat er sie nun geheiratet, nachdem er ihr 2019 einen Antrag gemacht hatte. Der Blogger selbst steht laut eigenen Angaben auf Bondage-Sex, Sadismus, Masochismus und beschreibt sich als pansexuell und pervers. Er sagt, er könne sich in bloße Ideen oder Gegenstände verlieben. Da ist er bei Margot genau richtig. Ihren Charakter beschreibt der Exzentriker allerdings so. Sie fluche sehr viel, sei aber eine zarte Seele. Ob das stimmt, lässt sich schwer beurteilen. Eines ist aber sicher, Margot wird ihrem Mann wohl auf ewig treu bleiben.